Hallöchen an den Multiplayer-Freunden und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Insurgency Insurgency! Ja, schön für dich! Mit der guten ZLP-Codename Killersmiley! Hi Freunde, ich bin gerade letzte Überlebende, ich habe hier gerade ein bisschen Action gleich. Wo bist'n? Wo bist'n? Ich komm' zu dir! Ach ja, Sieg und... Ne, 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 tot! Wo bist denn? Ich komm' gleich zu dir! Oh du, Erik! Ja, die Vorstellung wird unterbreitet! Ok, der Fox ist dabei, der Drantu ist dabei, hallo Drantu! Hi! Fox, du wolltest eine Vorstellung machen, willst du jetzt nochmal anfangen? Ne, jetzt ist es egal! Also Fox ist auf jeden Fall dabei! Ich werd' sogar bei der Ansage unterdrückt! Warum, warum bist du unterdrückt? Du hast einfach nur... Du hast schon bei Insurgency gehangen! Weil, hallo Freunde bei Insur... Kann mir mal einer helfen? Ne, wie heißt'n das nochmal? Ich bin ein bisschen Englischman, so wie du! Ich bin ein Englischman in New York, ey! So, äh, wo bist'n? Also, Smiley ist jetzt rübergejoint! Smiley ist auch dabei! Ja! Smiley ist auch die einzige, die vorgestellt wurde bis jetzt! Das ist die einzige, die auch nett zu mir ist! Fuck! Ich brauch' ne andere Raffnung! So! Ok, einer ist eliminiert! Ich nehm' mal Maschinen-Gunner! Ich nehm' nur einen Snee-Maschinen-Gunner! Zweiter ist eliminiert! Bron-Tobarki! Was ist denn los mit mir heute? Ist ja unglaublich! Der geht da ab wie Schmitz-Katze, ey! Ich probier' mal Maschinen-Gunner! Mal schauen! Also, A nehmen wir gleich ein! Das macht der Playboy-Fan! Äh, Play-Fan! So! Ok, A haben wir! Alter, ich kann mir vom Kratz-Wurst diese Woche wieder was anhören, dass wir sie jetzt mal lesen! Boah! Was für ein Raketwerfer das war! Ich hab's genau gesehen, wie er abgedrückt hat und wie die Rakete auf mich zukam! Was denkst du? Für ihn war das ne super Steilvorlage! Meinst du? Ja, natürlich! Der hat mich ja gleich mit Kommentaren da und so... Penetriert! So, kann mich hier B nehmen? Ne! Oh! Haben gewonnen! Sehr gut! Was? Oh! Wertvollster Spieler! Wahnsinn! Das erste Mal! Danke! Ab und zu musst du auch mal dran sein! Ich bin sogar... Ich bin sogar Erster auf der Tabelle! Ne! War doch die erste Runde! 2-1 doch! 250 Punkte! Das war die erste Runde, das war nicht schon! Wir haben uns gedacht, einmal müssen wir dir den Erfolg geben! Ja, einmal darf der Schweizer auch mal ganz oben stehen, nicht wahr? Hey! You'll watch my back, right? Sonst ruft man nur, weil er neutral ist zu allem! Obwohl ich sagen muss, ist eigentlich die bessere Wahl, wenn man neutral ist! Wenn jedes Land neutral wäre, gäbe es keine Kriege! Okay! Ja, aber dann würdest du auch nicht wirklich vorwärts kommen! Action auf der Welt! Ja, warum? Bei gewissen Ländern! Ja! Du meinst, mit Krieg können die sich nur modernisieren sozusagen? Ja, ne, aber wenn du neutral bist, dann gibt's ja keine Meinungen sozusagen, also... Yes! Warum gibt's keine Meinung? Ja, es gibt schon Meinungen, aber wenn du neutral bist, dann gibt's ja nie irgendwie Entscheidungen, weil du ja quasi in der Mitte immer stehst! Du kannst dich ja nicht auf die Seite stellen oder auch nicht auf die Seite stellen, weil du ja neutral bist! Ich kann nicht auf die Seite! 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 Boah! Also die Schweiß, die Schweiß hält sich ja aus allem raus, weil sie neutral ist! Fuck! Die Waffe ist nix für mich! Ich hasse das! Ich brauche irgendeine Waffe, mit der ich umgehen kann! Nehmen wir die! Also wenn nix passiert wird, A, ange- äh, eingelasert! Eingelasert! Was denn? Killers, mein, die hat wieder zugeschoben! Ich sterb jetzt nur noch! So, A, B haben wir und A haben wir auch gleich! Sehr geil! Okay, doch, gepackt! Unglaublich! Einen getötet und einen, und einen tot! Haha! Also manchmal stimmt das mit der persönlichen Match-Statistik nicht, weil ich hab einen gekillt und zweimal bin ich gestorben und da steht aber Feinde unterdrückt 1, eliminiert 0 und Verluste 1! Ja, das passt irgendwie nicht! Die letzte Runde? Ich weiß nicht, wie das genau zusammenzählt! Ob das die letzte Runde ist oder so ein Durchschnitt von der Map! Das kann natürlich auch sein, das ist, weil ich zweimal gestorben bin und einmal getötet wurde, ist es jetzt, also 1, also 2 minus 1 gleich 1! Oh, ich bin in Firefight! Nee, nee! Uprising! Was? Uprising? Ja, komm! Hat man glaub'n gar nicht, ja? Hm... Nee, glaub'n nicht! Ich weiß es nicht, aber auf keinen Fall Ambush oder Squad Elimination! Haha! Auf keinen Fall, ey! Never ever again, alter! Niemals wieder! Gutes, ich kann immer noch punkten mit der Aussage, ich kann unter der Woche nicht zocken! Was? Er meint, warum er manchmal so schlecht ist! Ich hab' gesagt! Aha! Ich hab' wenigstens noch die Begründung, ich kann unter der Woche nicht zocken, weil ich keine Zeit hab! Achso, weil du so schlecht bist! Ey! Mittelmaß! Achso, ist es nicht! Mittelmaß! Da muss man sehen! Regen oder... Draußen oder was? Ja! Nee, hier! Im Spiel! Cool! Da hatte ich noch kein Regen bisher! Ja! So, ich mach' mal wirklich den Sniper hier! Naja, vielleicht wünschte ich dir im BM Wirklichkeit auch Regen! Außen! Ich wünsch' mir jetzt... Achso, Eis Regen meinst du, ne? Hä? Ich hab' grad nicht zugelagt! Die hat man noch gar nicht, ne? Die Karte ist überhaupt noch nicht bei Inchosen... In Search... Ach, vergiss es! Alter, im Spiel! Vergiss es! Wie heißt das Spiel? Ähm, was wir beide nicht aussprechen können? Evil will win! Ja! Genau! Was? Der Teufel will gewinnen! Was war das? Boah und Tod! Von wo weiß ich nicht! Nee, The Evil Within heißt ja das Böse innen drin, so in der Art! Ah, okay! Das Böse innen! Oder was war das noch? Bei mir war das doch... Genau, bei meiner zweiten... Bei meinem zweiten Game, das ich hier überhaupt aufgenommen habe, bei The Wolf Among Us, oder wie auch immer! The Wolf Us Among, würde ich sagen, oder wie das Ding heißt! Oder... Blöde Scheiße! Ich hasse Automatik! Mann! Nicht so schreien! Du hörst dich bei mir doppelt! Ich... Wie, ich hör mich... Ich hör mich bei dir doppelt! Du hörst dich bei mir doppelt an, wenn du so laut schreist! Das hat der... Das hat der Erik auch eigentlich wirklich vermisst, dass man ihn nicht mehr doppelt hört. Drum ist er so laut! Nimm den Punkt ein! Nimm den Scheißpunkt ein! Vor allen Dingen, EMB, jetzt muss ich aber ja jetzt mal ernsthaft sagen, ey... Nur weil du mit der Automatik nicht klarkommst... Äh... Beziehungsweise mit du... Weil du mit der Automatik nicht klarkommst, dann wechsel doch auf Schaltgetriebe! Aber ich meine jetzt... Ich versteh auch nicht, was das soll! Ich hab jetzt auch auf... Äh... Also wenn ich jetzt reinkomme gleich... Waaah! Waaat! Dann werde ich nicht getroffen! Ah, Smiley hilft noch! Smiley campt irgendwo! Da oben! Ah, das ist deiner! Das ist King Camping! Wartet bloß auf dem geeigneten Ding noch! Ja! Ja, aber in dem Spiel kannst du ja nicht groß von Camping sagen! Wär ich bloß da oben stehen geblieben! Fünf von hinten! Tollautom... Ah, ich häng schon wieder irgendwo! Tollautomatik! Hat Ihnen einer schon mal gesagt, dass er nicht zu nah an die Sonne fliegt? Mann! Ich schreie nicht! Doch, du schreiest! Okay, ich schreie! Aaaaaah! Oh, oh, oh! Ich bin froh, dass es sich nicht mehr doppelt anhört! Hört sich ja auch nicht doppelt an! Neh mal Leuchtspur, vielleicht hilft das! Also, ich würde an eurer Stelle den Nachbarn sagen, ey, das war nix weiter! Das war halt bloß ein Spiel oder so! Genau! Das ist ja auch genau das! Das ist, ich nehme mal das Beispiel! Ähm, früher, früher beim Training, ja! Da war auch eine Frau gewesen und die hat, äh, gegen, also es waren mehrere Frauen und die eine hat der anderen voll das blaue Feilchen gehauen, ne? Also richtig übelst! Und jetzt stell dir vor, die geht jetzt zur Arbeit und sagt, ja, das ist, ich bin die Treppe runtergefallen! Oder, ja, ich habe mich an der Tür gestoßen! Oder, ja, ich war beim Training! Weißt du, wie viele Leute dann denken, ja, die wird bestimmt von ihrem, von ihrem Macker da umgeklatscht! Kann ich dir aber, weißt du was ich meine? Hm? Verstehst du? Das ist ja das! Ich meine, als Beispiel, man trainiert und dann passiert was! Passiert halt blaue Flecken, hatte ich ständig, immer, habe ich nur! Ähm, und dann heißt das, ja, der wirklich, äh, weißt du was ich meine? Ich lauf jetzt nicht mehr da lang! Ja, aber ich glaube, bei sowas überprüfen sie aber auch das Umfeld, ne? Wer? Ja, ja, die, wenn, 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 äh, ich, wenn sie so, wenn sie sowas nachgehen, überprüfen sie meistens noch das Umfeld! Ja, klar, ja, logisch! Aber grundsätzlich, äh, AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Da fliegen die Ohren weg! Ja, meine Ohren weg! Ja, nicht, nicht nur dir! Also, Erik, bitte zügeln! Ich, ich, boah, ich muss irgendwas machen, ey! Ich nehm keinen Scope mehr! Hauptsache, er benutzt kein Verstärker, sonst wird's noch schlimmer! Boah! Ich könnt kotzen hier, ey! Aber wie gesagt, so war's bei Gronkh ja auch! Er hat moderiert und hat beim, danke, bei einem Horror-Game, hat da übelst geschrien, da ist der Nachbar runtergegangen und hat sich beschwert, weil's zu laut war! So! Ja, aber gut, bei einem Horror-Spiel ist es ganz verständlich! Er ist tot da oben! Also, ich sag mal so, wenn unser Nachbar, äh, mitten in der Nacht bis, äh, vorab fläfern! Vor und tot, das gibt's doch gar nicht! Bis zwei Uhr nachts die Musik, ähm, laut macht, und wir nichts sagen, und wir dann bis mitten in der Nacht, 23 Uhr schreien, wegen den Horror-Insertes, die sich spielen! Fuck! Was sind das für ein gesperrter Bereich? Ja, das ist da, wo die Feinde ist! Also, ich bin nur auf den Sack mit der Scheiß-Karte, ey! Also, ähm, also, äh... Was? Wow, Blend-Granade, Hilfe! Mann, ich seh nichts mehr, Mann! Bravo, Lars! Nicht so schreien! We lost Charlie! Wo geh ich jetzt hin? Ah! Charlie, gut! Jetzt zu Alpha! Jetzt zu Alpha, und ich werd jetzt hier den Rage-Modus anmachen! Irgendjemand hat auf mich geschossen! Bei Software, rechts ist er noch! Wo, rechts? Ja, scheiße! Boah, das gibt's doch gar nicht! Ich schluss hier auch nur ab auf der Karte! Also, ich... Es kommt wirklich viel auf das Team an, und es kommt extrem viel auch auf die Karte an! Ja! Wenn die Karte dir liegt, dann läuft's, wenn die Karte dir nicht liegt, dann kannst du's knicken! Wissen eigentlich die Nachbarn, was ihr so, ach, äh, nachts macht ihr, dass ihr vorm PC sitzt, oder so? Nee, aber... Warum? Es gibt hier wirklich so... Äh, teilweise wissen die, äh, zum Beispiel bei Gronkh, wissen die, dass er vorm PC sitzt, trotzdem ist es denen manchmal zu laut! Okay! Also, ich sag mal so, ich hab ja hier nicht, äh... Fuck! Lad nach! Lad nach! Ja, ja, ich hab grad Alpha! Und von hinten! Alpha! Ich hab Alpha erobert und... Waren zwei und musste nachladen! Ich bin... Ihr seid wieder da, ich hab's erobert und bin tot! Haha! Was? Du hast gar noch nix erobert, das wird ja erst jetzt erobert! Du Witzbold! Ich hatte es gerade erobert! Ich war einer von den Zweien, die da waren! Ich wurde zusammengeschossen und jetzt sind die Feinde dran! Wo bist denn du? Tod jetzt! Weil ich... Ach du... Nee, 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 nee! Ich hab gemeint, du wärst in meinem Team! Nee! Ist alles klar! Alles klar, Sigi! Entschuldigung! Wo kam ich jetzt nicht raus? Wie kannst du... Nimm noch n'n Schnaps! Ja, mach ich! Nimm noch n'n Schnaps! Also du bist... Du bist bei den Feinden! So wie immer! Ja, ich hab gemeint, wir werden schon wieder alle in einem Team! Drum! Habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut! Wer ist denn wo? Also ich bin... Okay! Und der Feind heißt... Ja, genau! Also alle nicht töten bis auf Dran Tobaki! Oh ja! Ich warte mal hinter der Base! Ja, der ist sowieso... Der hat den Tod verdient! Der ist sowieso abgehoben, seit er den wertvollsten Spieler gemacht hat! Und der ist ja immer... Denkt der jetzt... Ich krieg ja alles gewinnen! Wieso bin ich jetzt? What the fuck! Was ist denn der? Ja, super! Super! Ja, ich brauche auch jemanden mal bei Alpha, weil ich seh nämlich im Moment gar nix! Alpha ist da drüben, aha! Ich lose auf der Karte nur ab! Ich geh jetzt zu Bravo, oder zu Charlie, oder zu Delta, oder zu Echo, ey! So eine Scheiße! Ich krieg bei Alpha nur auf die... Äh, doch bei Alpha nur auf die Fresse, ey! Wahnsinn! Nein! Ich hock jetzt hier und guck die Wand an! So ein Abfacken ist er! Ja, 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 ja! Ja, der liebste eigene Teamkamerad! Und das ist Charlie, oder was? Dieser alte Müllberg! Boah! Eigene Teamkamerad mal wieder! Stirb! Meine Fresse, ey! Das gibt's doch gar nicht! So! Darf ich jetzt da rausgehen? Drecksau! Na, von wo? Von tot! Keine Ahnung von wo! They're not gonna get us! Not gonna get us! Wenn ich jetzt runtergehe, erobern sie Charlie, wette ich mit dir! So läuft das hier! So sieht's aus, man! Irgendwie hab ich das Gefühl, dass da oben ist! Dass da einer noch oben ist! Und dann geh ich... Geh ich zu Alpha! Alfalfa! Ja, es war mir doch klar! Es war mir doch klar! Bei Alpha ist einer! Bei... Bei... Bei Charlie! Bei Alpha! Ne, bei Charlie! Meine Fresse! Ich hatte es im Gefühl! Bin hoch! Es war der Kap... Es war der Kapitän... Buckels! Der dich erschossen hat! Ich hab dir... Ich hab gerade zugeschaltet! Kapitän Buckels! Ja! Der ist der einzige, der mich erschießen darf! Alle anderen müssen sterben! Ja, der ist jetzt auch tot! 2 zu 7, Alter! Ich bin sogar noch fast so schlecht wie der Placer! Der hat noch gar keinen gekillt! Ja, natürlich! Aber heute macht der Karte nicht höchstens! Ja, darum geht es ja! Oh! 2 zu 7, Alter! So schlecht! So schlecht! Miley ist gar nicht schlecht in dem Kurs! Verluste 1 eliminiert 0... 4 zu 5! 4 zu 5? Das ist gut! Also ich sag mal, wenn du ein schlechtes Team hast oder eine Karte, die dir nicht liegt und du gehst mit 1 zu 1 raus! Also 5-5, 10-10, 8-8 oder so, dann ist es völlig in Ordnung! Wenn du ein super Team hast und absolut abnubst, wie ich jetzt heute, dann... Ja... Ich bleib schon wieder hier hängen! Meine Fresse doch! Das hat mich schon bei Hazard aufgeregt, ey! Wenn man überall nur hängen bleibt! Aber es hängt nicht so dermaßen wie soll! Ne, es hängt auch nicht am Spiel! Es hängt auch nicht am Spiel, es hängt an mir! Lässt dich nicht so hängen! Achso! Oh! Verdammt! Ich dachte schon! Alter! Boah, das gibt's doch nicht! Der blendet mich, ich schieße und was ist? Zack, tot! Ah! Ja, manche machen zickzack, laufen zickzack, hab ich auch schon gesehen! Ja, das haben wir hier von Kansas, war ich! Ja, oder springen oder so! Oh! Bin ich eine Nuss, Alter! Heute krieg ich's echt nicht mehr hin, ey! Ne, heute ist nicht dein Tag! So, jetzt ziehen wir die Karte noch durch! Ja! Anfried Hartmann! Oh, ein Deutscher! Ich kann Harte dort hinwerfen! Also! Die Kommentare sind so dämlich! Brauche ich Sprengstoff hier! So! Ich move jetzt zu Alpha! Schreibst du endlich, Ne, war? Was? Im B2 schreibst nicht, war? Wie schreiben? Oder ist das? Na, hier unter die... Du kannst doch hier schreiben bei dem Spiel! Ich hab jetzt gerade nicht geschrieben! Ich schreib nur immer sorry oder so! Oh! Und weg! Oh! Oh man, ey! Also heute spiel ich echt wie eine Nuss! Haha! Betötet! Ätsche, Batsche! Okay! Alter! Der Rauch ist ätzend hier! Also der ist richtig ätzend! Der ist schlimmer als die Blendgranate! Ja! Weil der dauerhaft ist! Du kannst da gar nichts sehen! So! So! Geh doch wieder zu Alpha! Unglaublich! Vor allen Dingen die Map ist so fies, du! Alter! Da war einer! Und tot! Da war einer! Du siehst doch manchmal gar nicht, dass die so... Irgendwann in die Ecke vorlutschen quasi! Alter! So schnell kannst du gar nicht schießen! So! Den hab ich jetzt weggemacht! Wenigstens einen hab ich erwischt! Unglaublich! Unglaublich! Wenigstens einen! Hm! Steht es eins zu einhunderttausend! Boah Gott sei Dank ey! Ich hab mich noch nie so gefreut Smiley zu sehen! Alter! Ja leck mir die Hand! Leck dem Drantu doch die Hand! Ah dem Fox! Dem Playboy Fan! Äh Playfan! So du Mist da! Da hinten hockt noch einer! Das ist unglaublich! Aber wir haben gewonnen! Der hätte mich nämlich sonst wieder gekillt ey! Oh man! Machen wir grad noch die Karte fertig! Und dann machen wir einen Break! Einen Break! Jupp! Aber ich glaub Karte ist fertig! Weitste? Ja! Cool! 3-2! Haben wir gewonnen! Da dumm da dumm! Ja! Dann machen wir hier einen Break! Ich sag schon mal Ciao! Ciao! Bis dahin! Ciao! Ciao! Ciao!